Hallo? Buhahaha. Ich spüre die volle Kraft meines... Zauberstabes, ne? Und was willst du, meine Klinge zu spüren bekommen? Boah, inzwischen ist das Ganze voll okay gegen diese Gegner. Na, kommt her. Oha. Na? Ist das hier nicht... Nein! Ich bin einfach zu schlecht für diese Welt. Zu schlecht für diese Welt. Ja, ich bin zu schlecht für diese Welt. Aha. Das sind die Fäuste. Oder die Füße. Ups. Und, äh... Ja. Was hat mir das jetzt gebracht? Oha. Das ist doch perfekt. So. Wohin? Äh. Ich würde sagen, erst mal in die Richtung. Und dann das dumme Ding da oben. Na? Zeig dich. Aua. Das macht mir Schaden. Das hätte ich von einem Feind dieser Intelligenz nicht erwartet. So, was sagst du, liebe Katze? Hm. Äh, ja. Hallo, mein liebes Teil. Was willst du von mir? Nein, du bekommst mich nicht. Du bekommst mich nicht. Eindeutig nicht. Du willst mich, aber du bekommst mich nicht. Oh. Aua. Hallo, ein Böse. Äh, ja. Jetzt willst du mir damit sagen. Nein, 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 nein. So, zieh ich mal hier erst mal weg. Und jetzt weg mit mir. Denn, oh. Komm her. Oh. Keine, keine, keine. gute Idee. Gute Hallo? Oh. Das Tierchen ist tot. gut. So, weiter geht's zum Shisha-Rauchen. Da muss da muss aber ihr was will der Redcliffe von uns? Also, ich glaube, dass der Redcliffe irgendwas mit uns am Hut hat. Muss ich die auch holen? Nein, eindeutig nicht. Nee, die will ich auch nicht mehr holen. Kennst du dir Redensart, das Rauchen rechtes Wachstum hemmt? Erwachsene ermahnen ernsthaft ihre Kinder damit. Meist mit einer Meerschaumpfeife im Mundwinkel. Du musst nicht inhalieren. Lass dich vom Rauch einhören. Das verstehe ich jetzt nicht. Ähm, ja, ich nicht verstehe was diese Dinge tun. Oh. glaube ich hätte den mitnehmen müssen und wäre da hinten angekommen. Nein! Natürlich bin ich so scheiße und mache das, was man nicht machen sollte. Ich bin noch scheiße und ich spring davon runter. So, hiervon kann man ganz einfach runterfallen. der Autor verwischte den Unterschied zwischen Poesie und Pessimismus. Ich bin Hm. Ich muss jetzt erstmal auf mich wirken lassen, das sieht etwas sehr verrückt von meiner Augen aus Was war das denn jetzt? Aha So Das ist doch, das ist doch, das ist doch, das ist doch scheiße Wie scheiße kann man eigentlich sein? So Hopp, hopp, hopp Und hopp, hopp So Sagt mir irgendjemand, wo ich hin muss? Nein, also Hier Schnauze Warte Hier vorne muss die irgendwo sein Oder unter mir Ja, unter mir Hat die Schnauze Haare bekommen? Äh Ich nehm mal lieber den Weg, ne? Ja Wer behauptet Ja Aber tut mir leid, ich bin auch immer noch etwas verwirrt Also dagegen Kannst du mit Cliff gerade nichts tun? Wenn ich Oh Nein So Nein Oh throwing inda Lauf man die bis LSO.